Boah, guck mal, wie die das angehen. Ja, und äh... Jetzt muss der Tempo rausnehmen, dass er nicht überdreht ist. Wir haben das schon gesehen vorhin. Daniel ist dabei, Siegfried ist dabei. Daniel ist knapp vorn, aber minimal. Jetzt kommen wir hier ans Hange, Mikado. Auch da keine Fehler, keine Nachlässigkeiten, aber immer auf Tempo von oben gut zu sehen. Daniel, eine Stange weiter. Das ist so knapp. Das ist so knapp, aber Daniel ist vorn. Ja, und jetzt kommt da hier der Einraster. Auch als Erster in den Einraster. Aber Siegfried ist da auf den Fersen von Daniel, aber hat ein paar Probleme. Daniel behält den Vorsprung. Wie geht er jetzt raus? An den Kamin, in den Kamin. Ja, bei Siegfried dauert es zu lange. Er hat zwei, drei Zwischenschwünge nehmen müssen. Aber der Kamin, da kann man Meter machen. Nee, nee, nee. Das ist klar für Daniel. Das Ding ist in diesem Moment gegessen. Das war lange spannend, aber der Einraster bringt die Entscheidung für Dima, für Daniel Gerber.